hallo und herzlich willkommen zu fabcast dem flash and blood podcast wir sind es wieder für euch benny und andre moin leute und heute haben wir wieder unseren zweiten teil der benny kann schon die finger nicht davon lassen heute haben wir einen zweiten teil für euch von unserem fetten case break im letzten im letzten ist habe ich dir quasi beziehungsweise im letzten teil habe ich dir quasi den hintern gerettet mit einem legendary pool aber mehr spoilern war auch nicht genau in der ersten hälfte gab es zumindest hinten raus noch eine legendary hat der andre mich sehr glücklich mitgemacht ja ich mach den benny gerne sehr glücklich ja war tatsächlich im letzten muster genau im letzten muster aber da ihr euch die videos ja eh in der richtigen reihenfolge anguckt ja und ganz da sieht man ja auch in den statistik hat immer wiedergabezeit 100 prozent ist klar weil wir super sind willst du anfangen diesmal mir ist egal komm hau raus also wir haben festgestellt kartenqualität ist gut bombe artworks sind sehr schön insbesondere die shadow sachen für mich nicht besonders der radiant touch wir haben im letzten display schon ein bisschen dinge gezogen die benny nicht so gerne wollte aber vielleicht ist ja jetzt was dabei ja also ich suche natürlich erstmal die majestics für prism vielleicht ja die figments ne ich versuche dann meine skills auf figments genau beschränke dich auf figments dann ist alles gut und ja aber auch nicht auf marvel oh guck mal figment of reverse ja als normale majestic aber also das finde ich also ich finde das bild mega geil weil es so kirchenfenstermäßig ist ja das finde ich gerade so mittel aber das finde ich zum beispiel ziemlich hübsch ja das mag ich so eine mischung aus fee und engel oder ein fengel ein fengel ist eher was was ich in der jetzigen meta nicht sehe nicht mal für sideboard tatsächlich auch nicht für sideboard gegen irgendwie iceländer oder so die dich vielleicht ein bisschen langsamer macht ne ne das ist für mich nur für so wirklich longplay fatigue oder so also gegen ultime wäre es vielleicht was gewesen zum beispiel jetzt ist der meter natürlich viel viel schneller genau obwohl jetzt gerade am wochenende hat ja eine iceländer gewonnen in baltimore ja ich habe es mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt im finale war lexi gegen iceländer war aber auch in den top 8 war alivia vertreten war lexi natürlich vertreten bravo war glaube ich auch einer drin also ziemlich cool beaming blade keine ahnung weiß noch nicht ob das play sieht auf jeden fall weil es gibt ja auch noch das raiden oder die saver eben halt ja ich meine ich weiß nicht ob also wenn bolton jetzt ziemlich yellow lastig gespielt wird könnte ich mir das durchaus vorstellen aber ne hatte ich noch das event habe ich mir echt nicht reinziehen können ich habe es auch nur am rande mitbekommen aber der helmer also dann muss ich noch mal sagen dass die optik mega geil also den finde ich schon ziemlich cool verwendung wieder sehr speziell sind wir ja in dem podcast mit dem oliver also insbesondere in dem set review drauf eingegangen wo der oliver für uns den ganzen levia part übernommen hat ja weil er halt ziemlich gut und ziemlich viel levia spielt ja ziemlich erfolgreich auch vor allem ja pti event top cut und überhaupt auch beryl haden gelsenkirchen ja um ein spiel den einzug in den top cut verpasst mit der alten levia nicht vergessen leute ähm der weiß schon wie man das macht war auch mit man sand äh und stream einmal tatsächlich ah ja ok ja der hat mitbekommen oder hat einer ähm das gerissen mit dem levia oh morlocker ja hört euch unsere morlockere folge an das ist auch so geil das ist unsere meme karte ja das ist das wollte ich gerade sagen das ist unsere lore folgen karte ja ja ich glaube das hat lss auch nur mit äh mit so nem nicken zu uns aber ist eigentlich ist da fluff drauf? lest man den fluff ja no amount of retribution can ally the pain the anguish seert into the souls of those that remain dorincia 1 hm 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 ja und die karte kann ich nicht einschätzen ob die gut ist aber ich glaub so mittel ne ja das ist eher so wie der also ich find dieses warmongers äh diplomacy find ich ganz witzig und das ist jetzt irgendwie voll in die höhe geschossen diese karte ja ja ist irgendwie jetzt bei 25 euro oh ich hab wieder eine majestics ich hab mich wieder selber äh requiem for the damms ich hab mich wieder selber dran vorbeige guck mal jetzt haben wir schon 3 majestics ja das geht schon mal besser ähm das ist eine wo ich noch nicht sicher bin dass man die spielen würde glaub ich eher nicht doch eloquenz token find ich echt nicht schlecht weil damit gibt halt dann nur ne text go again ne mhm find ich ganz nice ja du kannst dir halt nochmal einen action point irgendwie cheaten ne genau ja richtig mal gucken deswegen muss ich sagen dass ich das eigentlich ganz geil finde ja aber wie gesagt ich hab noch keine win set liste gebaut ne ich äh wie gesagt also ich hab das schon gemacht aber äh in rainbow fall sieht das auch geil aus guck mal ey wie geil das die rune da ja leuchtet in rot sehr schön das ist auch cool at least i will show them what true knowledge looks like fine words of zane room scribe mhm das ist echt cool hab mich sogar vor aufregung fallen gelassen ja ja ich war ja sehr irritiert immer von den light rainbow falls war mir zu funkelig mhm die haben mich dann immer nervös gemacht und da hab ich immer gedacht da wär was geiles so 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 oh oh aber hier sind ganz schöne oh da kommt aber jetzt was cold falliges das stimmt ja oh oh da bin ich mal gespannt decimator greataxe ich wusste gar nicht dass sie in cold fall existiert ich auch nicht ist halt ne rare waffe ja in cold fall mit ner schönen macke hier in der seite ne ist so geil das war ich aber nicht cold fall rare ok sind halt extrem viele rare und andere slots drin eben für cold falls ja was es den sammlern natürlich schwer machen wird ähm da dinge zu bekommen so aber kriegst du trotzdem in sleeve die gute karte ja natürlich in sleeve aber ich guck grad nochmal wie ausgeprägt hier diese das war auch ja sonst verlosen wir die ha 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 mein gott könnt ihr euch selber kaufen leute so ja aber da ist schon ganz schön ne macke reingehoren an der seite das ist nicht so schön ja will keiner sehen die macke will keiner sehen ja ich will die auch nicht sehen ich tauchsch dir an ja guck mal zack komm wenn du so warm bist mach ich nur eins ja zack ja ja ist ja gut ne ich find das aber auch wichtig das war hier ja das ist auf jeden fall wichtig weil wir sind ja da alle haben da ja unseren inneren Monk hoff ich also gut manche mehr ich deutlich mehr dann sag ich jetzt eher also bei mir fliegen die karten einfach so rum ganz schlimm bei mir ist ja jede das ist jetzt auch also ich brauche immer einen ganzen oh einen ganzen Nachmittag ich brauche immer einen ganzen Nachmittag um ein Deck zu brauchen weil ich immer meine karten überall suchen muss also zum Beispiel hier das Adverb was sagst du dazu ich bin vor ja ja das in die Kamera ja was sagst du dazu an hm mittel ja das ist so ein bisschen unspektakulär ja sagt er zu dem Brut mit dem mit dem Pfeil im Auge nee aber ich find es auch so pfff ja es ist davon halt nicht net minus würde ich sagen es ist ja beeindruckt mich jetzt leider nicht ja also ne ja das ist auch ein schöner Sparkle aber ja Sparkle Party ja also das zum Beispiel ja kann man durchaus in Prism spielen ich find das ja das finde ich deutlich geiler als das ja ist natürlich ein ganz anderes aber dafür ist die Karte halt nicht besser das ist richtig das ist die Sache Ram Raider Ram Raider sind wir jetzt abgewogen gerade nach Texas Texas ja das ist gar damn Ram Raiders obwohl ich dachte da immer zuerst das wäre ein Bayrock aber das ist nur ein Brenner ja die kopieren ja alles ja ich hab gehört es gibt auch ein anderes TCG mit so einem Crossover so so laut aus dem Ring oh nice auch auf einen Song einer voll M sehr hübsch gefällt mir beautiful wer es weiß weiß es beautiful der ist echt cool ja sehr schönes Scream ja das ist von Cannibal Corpse auch wieder ein CD Cover ja auf jeden Fall und wie gesagt ist das ein Ding dass irgendwelche ekelhaften Käfer die Brutes besetzen? die gehen irgendwo rein ja genau ja so wie bei diesem einen Film ja von Stephen King achso ich dachte Dreamcatcher oder was Dreamcatcher ja wo die Hälfte von dem Film irgendein Typ auf einer Toilette sitzt ja genau ja ja das Dreamcatcher das ist auch so also ziemlich schlechte Bewertungen aber ich mochte den eigentlich ich tatsächlich auch ja also ich mochte den auch ganz gerne Glaring Impact ich lass mich irgendwie immer so schnell ich kenn die Karten noch nicht yeah ja guck mal das ist doch geil eigentlich ne ja aber wenn ihr mal die dritte Decimator Grade X 10 ich hab ja hier wie hieß die Axt da in war das Dynasty oder was da ist auch so eine die erste Warrior Axt drin gewesen ja da hab ich drei oder vier Stück von diese Riesen Axt also auch diese ja genau die mit dem Overpower ne da ist aber auch ne fette Printlein ja ach Leute ja da ist der Himmel so schön geworden und da zieht er so ne dreckige Linie da durch ja oh der Heer ist aber hübsch in Full Art naja ja ich weiß ich hab den auch in Rainbow Full ja den Zang angeben wie viel hast du dafür geblecht? ich hab gespendet tatsächlich hm war es das? ja die hab ich durch ne Spende an die Ukraine erhalten ach cool tatsächlich drei Stück das ist mega ich hoffe ich erzähle nichts Falsches über den Dozer ja den Prism Dude halt ne von Youtube und der hat ähm erst diese 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 ähm got deeds äh don't die oder weiß ich nicht also diese diese Promos äh äh sozusagen über ähm ähm Donations äh für 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 äh die Ukraine verlost ne nicht verlost sondern direkt gesagt wenn ihr das macht dann sondern da hat er auch angesagt falls die echt weg gehen so äh äh dann würde er auch welche von den Herald äh Promos reinhauen aber zu nem höherem Preis äh und dann war das der Fall und dann hab ich da zugeschlagen cool ist jetzt auch man kann nachrecherchieren wie viel mich die dann gekostet haben ist aber auch egal darum ging es dann tatsächlich auch nicht ich hab mir gedacht cool ich kann da ich kann da was spenden ja und äh krieg noch geile Promos ja hab ich das auch gemacht ist tatsächlich ähm auch nicht das erste Mal ähm äh die Nina und ich haben auch früher schon mal gespendet äh aber auch über so Social Media über so da war das ja ich hab beim Böhmermann Podcast da spende ich regelmäßig dann wann die da was für gute für einen guten Zweck tun das find ich echt sehr cool so ja also ne ich ich hab also noch nie ach das ist bald nice den hab ich in Full Art Cold vorgezogen da war aber nicht viel wert äh da war nicht so viel das ist halt jeden Bling ne das ist auch eine Printline und ne Macke ja was wie mittendrin ja wo Macke und Printline ja hier direkt direkt hier drin siehst du was ne wenn man das in dem Licht hält sieht man dann eine dicke Macke ja du verarschst nein es ist kein Witz hier in der Mitte halte ich mal ins Licht yo was ist das denn dann war ich nicht die will ich nicht neu ich glaub in Cold Fall äh Full Art willst du die von dir haben Full Art Cold Fall möchte ich die von dir wieder haben ja da ist echt voll die Macke drin ja genau wir haben nicht gesagt dass die Kartenqualität top ist da ist voll die da ist voll die da hat irgendeiner irgendein Dreckskorn auf dem Drucker irgendwie auf der Rolle ja naja ist ja nur ein Spoilskern ja trotzdem mergert mich das ja ich hab grad schon immer auf die Macke geguckt jetzt guck ich gleich die ganze Zeit auf eine andere Macke ja jetzt hab ich vergessen ach so ja beim Böhmermann ja also ich hab jetzt ein paar Mal ich hab noch nicht häufig in meinem Leben gespendet muss ich zugeben ähm aber nur bei nö muss man auch nicht finde ich auch äh mich hat das früher immer abgeschreckt äh abgeschreckt immer diese riesen Agenturen und so da kommt ja ja genau von 50 Euro kommen nachher irgendwie 10 vielleicht noch da an wo sie hin sollen genau weiß ich nicht hat man kein Verhältnis zu und deswegen fühlt man sich nicht gut wenn man fremden Firmen, Konzernen kann ich mal verstehen Geld gibt die weltweit agieren äh zumindest fühl ich mich dabei nicht gut ja und ich hab dann halt mal das erste Mal hab ich in einem das weiß ich noch ziemlich genau ja die sieht auch geil aus muss ich mal sagen äh in einem Stream bei einem Stream mal gespendet das war ein Spenden-Stream von dem ja und der hat dann auch gezeigt was mit dem Geld später gemacht wurde und so weiter über YouTube ja sowas finde ich auch super wichtig ja und das fand ich gut und dann hab ich den Dozer da halt gesehen und hab ich gesagt komm und dann außerdem brauchte ich die Reitung ja die wird das ja jetzt nicht gut gehen ne das ist ja okay ich fand es geil eine Möglichkeit ich bin dann fließt die doch sehr schön aus also dieses Display hat in jeder Karte fast eine Printline da auch ja ja oh dafür hab ich jetzt aber die Figment of Judgment ich hab ja doch gesagt ich zieh eine Figment ja du machst alles richtig komm mal du machst alles richtig und ich mach alles falsch aber deswegen bist du hier oh ist das geil schon wieder 100 Euro gewonnen sie haben den Hauptpreis erhalten ja schick und warte mal nix komm bitte nix also ich seh nix ich seh jetzt auch hier keine Kitsche oder so die kommt vom anderen Band für mich also ich muss auch sagen das find ich ziemlich geil das Artwork ja also die sind insgesamt alles ziemlich cool ich mein das ist auch eine Zeitwortkarte der Judgment ja aber trotzdem find ich den sehr sehr hübsch also gerade den Engel find ich cool mit der Waage und der schicken Sonne im Hintergrund ja ist schon geil ja dann können wir ja endlich mal in unserer Techline schreiben einen schönen Pull fette Pulls weiter so André weiter ja dann komm bedien mich ich guck mal ob ich dir noch ein Figment ziehen kann bedien mich ja dann guck mal ob ich dir noch ein Figment ziehen kann aber ich glaube zwei habe ich ja schon aus dem Display rausgezogen ich glaube noch eins na wird schwierig guck mal das Zeitwort ist schon fast fertig ja guck mal aber noch ein Banderaid ja ist doch gut ne Majestic du darfst auch ruhig die unspektakulären Majestics ne muß das ihr habt die ja alle schon 5 mal ok tun wir die weg hat übrigens mal keine Macke gut dass der ähm das Figment keine Macke hat mhm das ist sehr gut ne auch das hast du wieder richtig gemacht guck mal, jetzt wird er nervös jetzt wird er nervös und wieder auch ein Figment geil, ich hab's jetzt wirklich jetzt hast du es als Playset zweimal als voll finde ich echt geil ne, ich hab's dreimal als voll ja, stimmt, ja, guck mal super, achso, jetzt räumen wir auf ja, aber das ist geil auf jeden Fall, also guck mal, da möchte doch irgendwer, dass du Levia spielst oder? guck mal, du hast noch einen achso, ja, ich hab sogar noch zwei wir sind durcheinander gekommen weil du dich verquatscht hast du kannst dich rippen und quatschen gleichzeitig ich bin ja ja pro drin, ich mach einfach du wurdest so geboren genau das Artwork übrigens finde ich auch super geil das hatten wir eben auch schon ich weiß, und da war auch wieder die Printline drin jetzt mal keine sehr gut den hatte ich noch nicht Censor ist eine geile Karte, finde ich also das ist geil, aber das ist cool finde ich ist jetzt nicht so die äh Chase 6 wäre ein schöner also wenn die 6 Angriff hätte, dann wäre die gut also wäre die richtig gut ja, aber 5 für 1 ist blockt für 3 ja, ja äh, mit nem On-Hit ja, ich finde die auch ja, ja, ich finde die, wie gesagt ok, ja, also ist schon gut also ist nicht ok, ist gut also ist schon gut kann man machen ach so soll ich und du willst du willst mir dann ja, ja, nee, du holst die Felsen noch aus dem letzten ich versuch's du, 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 du ah, das ist jubig nee, du machst dazu du, du gibst den Karten keinen Raum das geht's daran du du musst den Karten noch Räume geben also ihr habt hier einen Raum auf dem Stapel du musst den Karten genug Luft zum Atmen geben und nicht so schnell du musst jeder Karte ein bisschen Liebe geben so, weißt du also zack, zack so zumindest ein bisschen ne so und dann kommt da nämlich auch was ordentliches bei rum nicht nicht ne ja ok, ja, aber trotzdem äh stimmt die Themis beziehungsweise Fiend of Judgment endlich mal schöne Marvel richtig geil richtig gut gefällt mir so, dann äh noch ne schöne Rare Cold Foil also schön auf jeden Fall haben wir zwei Cold Foils rausgeholt zwei Rainbow Foils haben wir bis jetzt immer gehabt so, dann haben wir hier noch mal ein noch ein Figment guck mal auf Ansage hab ich jetzt zwei Figments rausgeholt acht acht neun äh ist das eine mehr als ne neun ist mein Schnitt ne bis jetzt war neun Majestics 2 Rainbow Foil mein Schnitt äh hier haben wir aber noch einen fetten Pull ja ne können wir wieder reinschreiben fette fette Pulls uh uh und dann so machen so einen coolen Zoom-Effekt per Hand ja auf jeden Fall schöne Karte Figment of Judgment ja ich hoffe äh tue ich mal so ein, zwei Figmentchen hätt ich auch noch gerne aber ich glaube wieso ich weiß gar nicht ist die Pull Rate schlecht? achso Fick von Marvel ja boah keiner ich glaube die ist nicht ne die ist nicht mal angegeben die ist Fragezeichen ach ja stimmt also die äh Pull Rate von Legendary ist unser Sangya Legendary in schon so vielen Packs ja und solche Sachen aber bei den Marvels ist das nicht der Fall um ähm komm fette Display aus dem Case ja oh alter Falter okay das ist natürlich richtig ärgerlich oh und da wäre die Marvel drin gewesen guck mal da kannst du dir Pringles von machen also krass also vor allem das ist von außen das scheint mit der Maschine ja oder irgendwie schlecht da drin abgelegt zu sein wenn hier jetzt die Marvel drin ist dann würde ich mega witzig finden ja wie witzig wie witzig finde also die Fable ist ja gut schau mal sind die alle gewölbt guck mal jetzt kommt der große Kritik Podcast so das ist okay das ist alles okay hier das ist okay nur das eine was ich jetzt machen wir direkt mal mit dem mit dem hier beginnen mit dem Pringles so da ist jetzt die Cold for Fable drin also die sind komplett zerstört ja aber zeig mal ob da was drin gewesen wäre ich würde mich so ärgern jetzt so Leute da umdrücken dass hier nichts drin ist ne das ist so blöd guck mal hier in den Front rein ja kommt tatsächlich mach ich selten aber guckt euch das an ja in den Müll das ist nicht mal meine Verpackungskarte könnte die anderen Karten beschädigen naja die sind alle gut okay naja das ist dann aber auch umso ärgerlicher ne kann mal passieren hab ich noch nie gesehen vorher also in der Form na toll die hätte ich auch gerne die brauchte ich noch ja sehr nett ne Rainbow Fall ja aber ganz ehrlich ich brauch nicht mehr zum spielen ich bin damit sehr zufrieden in diesem Case auch die zweite Legendary ein gutes Case sieht sogar richtig schick aus in Rainbow Fall gefällt mir auch nicht kaputt ey Glücker zum Glück zweite Booster linke Seite hätte das rechts gelegen wäre vielleicht schon nicht so geil gewesen ja sehr nice ich tüte die mal ein und du hast die guck mal du hast die Prison die Prison Legendary gepullt ja sie das ist ja witzig ja aber Prison mag nicht ja so ich leg mal den alten Puls hier oben hin ja wenn du nicht mal ne wir haben noch keine es war ja zweite Booster ne das ist das erste von oben gewesen das war das erste von oben ja das wäre tatsächlich voll in die Hose gegangen wenn es rechts gelegen wäre wäre die kaputt gewesen aber ist ja nicht deswegen macht dir keine Sorgen keine Gedanken ich bin so glücklich kann ich verstehen jetzt kannst du endlich Prism spielen ich brauche noch die scheiß Footsteps die sind so teurer ich brauche ja nur ne Prism 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 so in Rainbow Fall okay sehr rotlastig ja aber ich mag es aber ich mag es aber trotzdem aber gut ich glaube ne Prism sollte jetzt nicht so ja ne Prism kriege ich schon irgendwo ja ich kann sagen die sollte es ja ja das ist tatsächlich auch von der Optik her mein Lieblings Legendary von dem Set hier war noch Schmutz das ist übrigens ein Rune Chain Token hab ich gesehen wo der schon in dem ein oder anderen Set geprintet oh geil Requiem for the Damned sehr cool ja aber das ist ja echt sehr gut zwei Legendaries eine Marvel so kann man sich sehen lassen das kann so weitergehen das macht mich happy ja ja du hast ja gesagt so ein bisschen Zeit lassen ja jede Karte ein bisschen Liebe aha die finde ich sogar gut die finde ich sogar cool die könnte für Lexi ja für Lexi im Sideboard ja die könnte nämlich genau ich denke auch dass sie je nachdem wie gut Prism sich jetzt macht in der Meta könnte die relevant sein jetzt schon oder ja ja klar Non-Token Aura kannst du gegen Dromai kannst du spiel doch die Passing Mirage oder nicht ja ist jetzt nicht so so ein signifikanter Punkt aber theoretisch ja die haben die meistens ich denke so zwei bis zweimal oder dreimal vielleicht drin weiß ich jetzt nicht ja ich denke auch zweimal ist halt die Frage also in dem und ob die Guardian Matches sind jetzt also die sind nur noch Bravo da im Prinzip ist halt die Frage ob die jetzt tatsächlich immer Bestandteil bleibt weil die war ja insbesondere wichtig für den Ghostly Touch Plan aber ja du musst die alleine wegen Bravo noch im Sideboard mindestens haben wenn du so hart Redline spielen willst hast du die dann im Sideboard aber insgesamt ist das eine gute Sideboard Karte die früher oder später mal relevant sein wird denke ich jetzt denke ich schon auch ich glaube das ist relativ viel da bin ich aber so glücklich dass ich jetzt den endlich aber guck mal du hattest ja ne das gab nicht in dem Display ne ne aber guck mal das ist doch super die Empyrium Rapture ja schön jetzt brauche ich nur noch die Prism und die Figments fürs Main Deck dann kann ich auch spielen ich suche ja immer diese blöden Footsteps also ich würde der Prison meine Chance geben aber die Footsteps sind immer auch zweimal steifend das ist zu teuer ich musste die bei einem Draft oder was einfach aufmachen ja das stimmt das stimmt die Idee hat letztens noch jemand gepult ja stimmt ich weiß noch wer deswegen schöne Grüße an diese Personen kannst du mir noch eine Code voll Marvel aufnehmen ich guck mal ich guck mal was sich tun lässt enveloped in darkness mit ansage ja mit ansage alter ich guck mal wir machen heute nur das Sideboard fertig ja genau ist auch wobei ich letztens sogar noch gesagt habe die würde ich eigentlich nicht ins Deck packen im Moment Boah Belonda sieht aber richtig nice aus zweite Marvel ihr zweite Marvel also Community sagt mal wer wem soll dieses Case gehören dem der es bezahlt hat ja stimmt verdammt geil ja schön dankeschön ja bitteschön ich pull halt andere wenn du das nicht verkraftest dann muss ich halt nächstes Mal selber zum Laden fahren und meinen Case holen ist das eine und mit Fahrrad drei Cases die wieder hier hinbringen mit so kleinen Klapprad hast du ein über 100 Kilo Mann fährt mit so einem kleinen Klapprad drei Displays äh drei Cases ja naja so wie soll ich deine Pulse eigentlich überbieten gar nicht ne du ziehst bestimmt ich mach äh wenn wir nochmal einen Case Break machen mach ich meinen Case selber auf ne komplett ne wenn du mir fast die Booster nicht genau wenn du mir fast die Booster ja obwohl doch weil ich ja auch die Prism Legendary haben möchte oh guck mal Hold the Lion sehr gut in Rainbow Fall ja die ist zum Beispiel auch für mich meiner Meinung nach eine aktuelle neue Sideboard Karte halt gegen Überraschung Lexi ja richtig ja guck mal ich ziehe du hast die beiden hier ist so gut ja gut in Legendary immerhin ne also ja ich dachte immerhin in den Radiant View das ist ja auch gut ne also in der vor allem ich hab in der Anzahl der Co-Foids gerade mal so viele aufgemacht wie du ja und die sind Marvel ja ist so gut ne du fühlst es nicht ich fühl es auch nicht ich fühl hier Rares ja Leute falls ihr noch ein paar Tipps habt für den Benjamin wie man besser Booster öffnen kann sagt ihm mal Bescheid schreibt uns halt in die Kommentare weil so kann das ja nicht weitergehen der arme Junge zieht ja nix außer Dinge für Prism und aber auch nur die Legendary einmal so jetzt zeichnen wir mal dass du noch ein Kickman ziehst in Marvel komm drei in einem ja ja klar zwei in einem Display ich glaube kaum ein Kumpel von mir in Berlin der hatte in einem Display hatte drei Legendaries in einem Display das war sowas von hier die Fake Karte die mich immer ah guck mal nochmal ein Modest weiß ich nicht welch ich davon halten soll also das ist halt so wie Ravenous Rebel aber halt ohne Go Again ne ja sehe ich auch noch nicht so wirklich und ich finde es irgendwie komisch ich mag es weil es so Comic Style so bezeichnet aussieht ja aber ich finde ich finde es zu hart anders ja also ein bisschen die andere Shadow Majestic ist ja auch so ähnlich ja vom Style ne aber die ist wiederum glaube ich cooler weil die deutlich bunter ist die haben wir jetzt noch nicht gesehen oh vielleicht okay vielleicht noch ein Figment dir sack ey so zack so ich fühle es jetzt ich springe es schon durcheinander du musst die Karten vielleicht liegt es auch an meinem du musst die so behandeln wie äh ich bin gehandicapt wie jemand den du magst ne also stell dir vor das ist ein Mensch den du magst diese Karten du musst den Respekt zollen mhm siehste erst mal Fistbomb und dann hast du gerade auch nicht gemacht ne das stimmt ja ich will dich auch nur ein bisschen in die Irre führen ja das liegt einfach daran dass ich einen Taubenfiller dass du nicht ziehen kannst darf ich denn deine Displays auch angucken ne also ich drehe das glaube ich komplett alleine alleine aber auch hier auch hier bei Benni zu Hause und der Benni und die Nina dürfen kein Wort sagen während ich meinen Case rippe ja das ist das Ding die sind aber hier auch so ein bisschen komisch angegelt ja komm sehr gut ja ich war nicht rum ich hab ne Marvel und noch ne Marvel zwei Marvel und ne Legendary ich bin happy sind das die das nächste Mal das nächste Mal machen wir überhalten was wir pullen da teilen wir uns die Disclays und dann machen wir auf gar keinen Fall liebe Leute wenn ihr das für eine gute Idee haltet schreibt das mal in die Kommentare ich würde mit dir genau ein so ein Ding machen dann hätte ich mein Leben lang keinen Bock mehr da drauf weil ich dann einfach einen Haufen Cummins und Rares hab ja und Rainbow Foil ne ja aber guck mal ja ist geil das Livell ist ja so cool und Benni mach auf achso ja und du machst wieder den Abschluss ja willst du doch das willst du doch du willst doch auch ja ich drehe es nicht mal auf ich bin schon schwach ja der taube Finger also no joke der Finger ist wirklich taub der sieht man die Narbe ja hier das ist jetzt schwer da den hab ich mir von hier bis hier aufgeschnitten wir müssen immer ne Pause machen weil ich dem Benni ne Taschentuch bringen muss nein ist ok ah guck mal jetzt hast du das Playset voll soo ist ja gut ich wollte aber Prism spielen ja da musst du wohl Vincet spielen so ja hier wird ja wohl kein Figment mehr drin sein weil wir das ja schon mal auf Ansage aufgemacht haben Figment nein 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 der ist jetzt mal ist das alle jetzt ich glaube es ist alle das ist alle ja ja äh ne ach cool best schon auf Unity noch ne Offense guck mal noch mal ne M Alter so dann haben wir hier eine Majestic zwei drei vier so fünf sechs ja zwei ne eine Rainbow Fall Majestic eine Marvel Come Call und eine Rainbow Fall in einem Display das war ein gutes Display muss ich sagen damit kann man arbeiten kann man arbeiten so aus diesen aus dieser Hälfte des Cases können wir nochmal da können wir dann wirklich schreiben dass die Pulse gut waren ja da lügen wir ausnahmsweise mal ich denke das waren wirklich gute Pulse da lügen wir ausnahmsweise mal nicht weil wir sonst ja immer nur lügen naja ja komm das hole ich ja eigentlich ernsthaft würde ich gerade sagen so schick schick ja ne ja danke André für das Öffnen ja bitteschön wir hoffen wir haben euch gut unterhalten und haut rein und bis zum nächsten Mal ciao